den daxianern graut es aktuell offensichtlich vor gar nichts man ist gut drauf man glaubt traufen zu müssen und dementsprechend gibt es eigentlich nur eins im zweifelsfall mit zu kaufen zumindest mal so lange der markt noch nach oben geht denkt allerdings immer an die stops ob man jetzt wirklich noch einsteigen sollte auf dem niveau ich weiß es nicht wir haben auf jeden fall neues allzeit hoch wenn wir das hier auf den index mal beziehen wir können auch mal das alte ein bisschen sichtbar machen da sind wir klassisch drüber genippelt also insofern alles super die 16.500 marke haben wir noch nicht ganz gesehen aber der markt ist weiter in der aufwärtsbewegung und es sieht nicht danach aus als ob die marktteilnehmer richtig bock haben runter zu gehen ich habe bewusst mal die zeichnung von gestern hier drin gelassen fünf minuten chart ich mache sie noch mal groß ich habe gesagt naja gestern sah das noch ungefähr so aus wenn jetzt mal eine korrektur fällig ist also wenn heißt wir wissen ja nicht ob sie hier fällig ist aber wenn mal eine fällig ist müsste sie bis dahin gehen wir haben auch durchaus eine kleine korrektur hier gesehen ihr seht dass das ging so ein bisschen abc aber das hat nichts mit diesem rücksetzer bereich zu tun das ist der klassische rücksetzer bereich den ich euch immer wieder ankündige als typischer ordentlicher rücksetzer dieses anstiegs also gibt es nur zwei varianten entweder der rücksetzer war nicht ordentlich oder es war nicht der rücksetzer auf diesen anstieg diese beiden varianten gibt es das heißt allerdings dass der ordentliche anstieg hätte ich fast gesagt ordentliche rücksetzer wohl noch folgt das können wir durchaus sehen denn der markt ist weiter nach oben gegangen vorläufig also noch offensichtlich nicht das thema dass die marktteilnehmer hier jetzt auf die abwärtsseite unterwegs sein wollen das kann sich natürlich jederzeit ändern das grundsätzliche prinzip bleibt das gleiche also rücksetzer bis in diese zone wären solange das korrektiv wäre nach wie vor überhaupt nichts außergewöhnliches auch nichts böses für den bullenmarkt rücksetzer dieser art würden nach wie vor das bullische bild unterstützen vorsichtig das heißt nicht dass das zwangsweise jetzt hier passiert das ist wieder mit dem fragezeichen versehen viele wünschen sich immer mensch du musst doch mir jetzt sagen ob das passiert das weiß ich auch nicht ich weiß allerdings dass nach einem solchen anstieg früher oder später ein solcher rücksetzer eben erfolgt wenn er erfolgt haben wir entweder hier gegebenenfalls wenn ihr hier irgendwelche umkehrsignale habt vielleicht aus indikatoren ich gucke ganz gerne dann mal in so einem fall auf zum beispiel candlestick muster gerne mit hilfe der fibonacci ist noch mit dazu das bringt nur jetzt noch nichts weil wir sind noch da oben wir wissen ja noch gar nicht ob es runter geht aber wenn er das macht oder eben wenn er dann wieder auf der kleineren ebene steil hoch wackelig runter geht das wären alles bullische signale also ihr seht ich bin wenn das hier passiert also wenn er wirklich korrektiv runter kommt alternativ wäre ein klassisches abc denn wir wissen abc also drei wellig ist ein klassisches korrekturmuster das hätte die gleiche wirkung nur wenn wir unter diesen bereich fallen oder mit sehr viel schwung in diesem bereich also quasi einwellig so ähnlich wie das was wir hier in der aufwärtsbewegung haben hier runterfallen dann ist schnell der verdacht da nach einer pause geht sogar noch tiefer im moment können wir da nur raten also wer jetzt noch bullisch ist muss nicht zwangsweise raus man muss sich allerdings überlegen ob man das risiko übers wochenende halten will wenn man im fünfminuten chart unterwegs ist da bin ich dann eher ein freund zu sagen wenn ich im fünfminuten chart dann nehme ich alles mit was ich noch kriegen kann und freue mich dann nächste woche wieder was neues machen zu können im übergeordneten bild bleibt es allerdings nach wie vor ein bullisches szenario wir haben beste chancen dass wir auch noch weiter nach oben gehen ich kann mal hier im vier stunden chart noch mal eine linie hinzuziehen nämlich den ersten teil des anstiegs das war ja ungefähr das dann hatten wir hier die viel zitierte seitwärtskorrektur dann wäre so eine eins zu eins projektion also sprich das nach der pause noch mal weiter die läge ungefähr bei 16.726 also ungefähr ist gut schon ziemlich konkret also das muss jetzt nicht genau 26 sein um Himmels willen aber irgendwo in diesem rahmen hätten wir die eins zu eins projektion und hier wird dann noch mal besonders geguckt ob der markt dreht also vorläufig würde ich eigentlich gar nicht so sehr auf die abwärtsseite spekulieren nur für den fall dass er das macht habt ihr jetzt eine idee wie ihr damit umgehen solltet wenn er das gar nicht jetzt macht sondern halt erst später darüber sprechen wir dann noch bald bis dahin haben wir noch mal die gelegenheit uns das anzugucken weitere möglichkeiten hier vielleicht irgendwie eine zielmarke festzustellen wäre zum beispiel zum beispiel hier so diesen letzten rücksetzer noch mal anzugucken da gibt es zwei verschiedene messungen da sehen wir aber da sind wir schon längst drüber hinaus das bringt uns also nicht so arg viel die nächste wäre im prinzip von dem letzten hoch bis zu diesem tief und dann sehen wir dass hier auch die 127 20er ist und wer sich jetzt wundert und sagt hier du die zwei linien sollen den markt drehen nein die linien per se tun überhaupt nichts die sind weder magnetisch dass der kurs da hoch muss noch sind sie wasser abweisend hätte ich fast gesagt kurs abweisend dass der kurs da zwingend dreht das ist nicht gesagt es ist aber immerhin eine marke die leute die sich hier die frage stellen ach du schande was machen wir denn jetzt hier eigentlich die sehen solche marken und überlegen sich natürlich was sie wollen und hier in dem umfeld dieser marke machen wir das mal ein bisschen professioneller wieder mit so einer blauen kiste dann sieht das so hoch offiziell aus irgendwo in diesem bereich werden einige marktteilnehmer dann ernsthaft überlegen ach da kaufe ich noch mal nach eher also da geht der kurs durch einige werden sagen wir nehmen vielleicht sogar gewinne mit welche entscheidung hier passiert das wissen wir nicht deshalb bin ich überhaupt kein freund jetzt wenn wir so dicht auf diesen bereich zuzugehen im großen bild noch mal zu kaufen jetzt ist es eigentlich also wer im größeren bild drin ist an der zeit drin zu bleiben zu sagen naja gut wenn es hoch läuft ist ja alles gut da drunter sollte der kurs idealerweise nicht mehr gehen 16.000er marke wäre da ein stichwort man kann auch noch mal hier die fibonacci retracements 78er marke also für mich wäre so eine einigermaßen enge stopp marke ungefähr bei 16.100 ihr seht dass sie die 78 6er warum das naja weil klassischerweise rücksetzer in dieser größenordnung dann nicht mehr gut genug sind für das das kann passieren ist aber eigentlich nicht passend streng genommen würde ich sogar davon ausgehen dass ein rücksetzer jetzt sogar kleiner sein sollte als dieses ausmaß ich nehme mal bewusst das maximal ausmaß dieser korrektur das war von dort nach dort also insofern würde ich sogar fast sagen wir haben gute chancen oberhalb dieses hochs zu bleiben alles was da drunter ist wirft ein bisschen fragen auf was ist der plan ja ist das wirklich noch ein bullisches bild also rücksetzer die bis da ungefähr runter gehen würden mich überhaupt nicht aus der reserve locken sind also völlig in ordnung noch auch aus bullischer sicht wenn sie korrektiv sind allemal also bietet sich das als ein mögliches stopp szenario an um eben einigermaßen sinnvoll mit dabei zu sein ich habe es bewusst gesagt einigermaßen sinnvoll es ist bei weitem nicht so dass es immer die beste variante ist so zu stoppen aber es ist eine relativ einfach ist eine relativ nachvollziehbar eine der logik entsprechenden und eine die auf lange sicht auf jeden fall eher vorteilhaft ist als dass sie geld kostet also insofern etwas was man ins kalkül ziehen kann also rücksetzer bis notfalls ungefähr 16.200 finden also eher ein bisschen oberhalb bis 50 finde ich unkritisch bei 200 wäre so eine erste stopp marke wo man sagt also das will ich jetzt eigentlich im moment nicht sehen dass der kurs dann noch mal runter geht mach doch mal dass du weiter nach oben gehst dann wäre das auch eventuell kleiner sogar also wenn es ein bisschen höher ist als die grüne marke hier und damit könnte ich eigentlich gut leben und hier wird dann neu entschieden ob der markt tatsächlich das noch mal ansteuert nicht mein favorisiertes aber ein durchaus mögliches szenario oder ob der markt weiter nach oben geht weil ich natürlich wie immer keine ahnung habe welches dieser beiden bilder passiert muss ich mir als händler natürlich gedanken machen wie erkenne ich es denn möglichst frühzeitig wenn ich in diesem bereich so etwas sehe weiß ich es ist nicht das abwärts szenario wenn ich etwas sehe was so nach unten geht also korrektiv nach unten geht habe ich auch die starke vermutung dass es nicht das szenario wird wenn wir aber eine relativ starke anfangs bewegung gefolgt von einer korrektur sehen dann wäre dieses szenario durchaus realistisch und da müssten wir darüber noch mal reden das heißt ihr seht obwohl ich keine ahnung habe was an diesem punkt passiert habe ich ziemlich klar eine idee wie ich damit umgehe bekomme ich sowas sollte ich rausgehen die stopp weiten das haben wir jetzt aktuell auf diesen hier berechnet wissen wir hier wo sie dann hierfür liegen das können wir uns dann ausrechnen wenn es soweit ist dann habe ich euch eine idee wo typischerweise die stopp marken dazu liegen also auch bei völliger ahnungslosigkeit ich sage das bewusst so dramatisch hat man die möglichkeit als händler die gestaltung so vorzunehmen dass sie für mich vorteilhaft ist und dann werden wir sehen welches szenario passiert und man wird sehen naja gut das eine wäre besser das andere ist weniger gut aber eben auch nicht schlimm und häufig reicht schon an der börse wenn man nicht das blödste zu erwarten hat sondern wenn man entweder das gute oder das nicht so schlimme ereignis bekommt das ist meistens schon ausreichend so wie sieht es bei den amerikanern aus die sind da gar nicht so gut unterwegs man erahnt ist hier schon im vier stunden chart denn da zeichnet sich das schon ab was man hier im fünf minuten chart sieht wenn ich mir das mal angucke hat man zumindest den verdacht dass das die stärkere bewegung ist und hier haben wir eine aufwärtsbewegung und dass das hier aktuell die schwächere bewegung ist und ich sage es mal so wenn der kurs durch dieses zwischentief ich mache euch das mal groß durch dieses eines der letzten zwischentiefs geht es ist nicht so ganz sauber mit dem trendkanal da muss man vielleicht so ein bisschen das anpassen das mag ich nicht so gerne wenn man sich da so ein bisschen im selbstbetrug üben muss aber ich sage mal so ganz grob kann man sagen das ist wohl eher die starke seite das ist wohl eher die schwache seite und ich gehe mal davon aus wenn wir dieses tief hier durchstoßen manch einer kann sagen kann ich da nicht auch das nehmen meine güte ja wir sind da ein bisschen fixierter das heißt letzte hoch vorletzte hoch das tief dazwischen zur not wäre das immer noch im rahmen der trend unterseite könnte man das auch noch nehmen dieser hier das wäre mir zu vage da bin ich dann ein bisschen zu vorsichtig aber nehmen wir mal an ich mache jetzt mal dieses hier als zwischentief oder eben wie gesagt das das tut sich nicht so arg viel dann wäre meine erwartungshaltung wenn diese marke tatsächlich durchstoßen wird das wird eine realistische chance haben dass ich die bewegung die wir hier oben hatten also von hier oben hatten bis darunter muss ich die nur noch treffen da dass wir das möglicherweise noch mal bekommen entweder von hier oder wo auch immer das hoch hier in den nächsten stunden noch passieren sollte dass wir das noch mal bekommen das heißt einstiegsszenario wäre hier wer es nicht gut ablesen kann es war um das zwischentief 1240 oder das zwischentief 1015 bei ungefähr 35.450 auf dem future beziehungsweise bei 470 aber wie gesagt merkt euch im zweifelsfall das tief von 10.35 oder das tief von 12.45 da gibt es nicht so viele zwischentief marken guckt das in eurem chart an wenn ihr das selber handelt dann habt ihr da schon eine idee mit mindestziel erwartung 1 zu 1 das heißt das was wir da haben nach der pause noch mal warum komme ich auf die idee weil aktuell dieser anstieg den wir da haben wo hingegangen ist naja in unsere lieblingszone da wo anstiege gerne hin müssen wir haben also einen ordentlichen rücksetzer bisschen unsymmetrisch aber unter umständen 1 2 3 4 5 jetzt hier diese korrektive gegenbewegung und wenn er hier tatsächlich durchgeht mit freundlicher erwartung dass wir auch noch mal hier runter gehen 35.100 ihr könnt das mit dem zeigefinger daumen von da nach da und dann habt ihr das wenn ihr im chart seid ungefähr die gleiche länge also das ist jetzt keine hohe mathematik ihr könnt es natürlich genau messen höchster tiefster punkt auf den anlegen dann habt ihr hier eine exakte marke bei euch im chart ebenfalls liegen wenn ihr das wollt und da habt ihr eine zielidee der stopp hierfür wäre eigentlich diese hochmarke oder aber so wie wir das machen dann wenn der kurs reingeht kurz bevor reingeht haben wir ja den hochpunkt hier wirklich fixiert dann messe ich bis zu meinem einstieg ich nehme jetzt mal so mittelwert und dann haben wir die 78 6 ich mache mal diese hier weg damit das nicht ablenkt und dann hätten wir hier die 78 6 warum die 78 6 es wäre ja denkbar dass der hier wieder eine korrektur macht die darf ja auch passieren aber eben nicht mehr höher als das das heißt man hat eine stopp marke von 35.604 das jetzt in fünf minuten chart eine ziemlich kurzfristige geschichte das geht natürlich auf größeren zeitebenen grundsätzlich genauso aber so seht ihr kann man einen trade aufbauen in freundlicher erwartung dass ungefähr das was wir hier haben wieder passiert das wäre etwas was ich durchaus handeln würde wenn allerdings der kurs dadurch fällt nicht jetzt einfach schon mal das wird bestimmt passieren da bin ich mir ganz sicher ich bin mir an der börse meistens gar nicht so sicher aber wenn er da durchgeht dann haben die anderen marktteilnehmer gezeigt ja gut richtig bock auf aufwärts haben sie nicht mehr trotzdem wird dieser trade nicht 100% immer nur positiv sein denkt aber dran dass ihr zum beispiel auf diesen einstieg dieses chance risiko verhältnis habt das ist eure gewinnmöglichkeit ich habe glaube ich hier millimeter zu tief gezeichnet aber ich denke man erkennt schon das ist deutlich kleiner das heißt selbst wenn meine trefferquote nur bei 50 50 liegt ach unter 50 50 liegt was ein zweifelsfall sein kann verliere ich einmal so viel gewinne ich einmal so viel die differenz aus den beiden ist mein gewinn den ich ziemlich sicher einloggen kann denn dafür spricht die wahrscheinlichkeit aus meiner sicht auf jeden fall also ihr seht ich ziele gar nicht darauf bei jedem trade 100% richtig zu liegen das wird eh nicht gelingen lasst euch da nichts vormachen von wem auch immer die chancen sind deutlich auf eure seite eurer seite und wenn ihr das in etwa so gestaltet habt ihr eine realistische chance dass ihr mit dem besseren chance risiko verhältnis und der besseren trefferquote hier das ding ordentlich landen könnt ja was passiert wenn der kurs nach oben geht ja dann gucken wir dem zu und freuen uns mit unseren übergeordneten long positionen die wir vielleicht haben oder machen halt vorläufig erstmal nix bis der kurs dann wieder die nächste sinnvolle handelbare situation zeigt also ihr seht da kann man sogar was draus machen wir sehen hier sogar noch ein handelssignal beim dow jones das will ich euch im video jetzt ganz kurz beim s&p zeigen wenn ihr wollt guckt ihr euch das an im trade des tages oder auf born for trading da habe ich diesen hier schon geschickt den dow jones trade werde ich dort gleich noch vorschlagen wenn ihr diesen trade allerdings den wir hier uns überlegt haben machen wollt könnt ihr das auch im trade des tages nachgucken da habe ich das ebenfalls rausgeschickt und habt ihr die information ebenfalls also als die auswahl für heute was da eben passieren kann hier ist das bild nicht ganz so deutlich wie beim dow jones grundsätzlich gilt es hier das gleiche aber ich finde hier die struktur den einstieg finde ich arg weit weg und diesen rücksetzer finde ich einfach zu klein für den trigger das heißt hier gilt dieses prinzip nicht das heißt da würde ich dann eher sagen naja wenn dann mache ich den trade beim dow jones und nicht unbedingt hier beim s&p hier gefällt er mir längst nicht so gut deshalb wäre diese überlegung hier nicht gegeben das betrifft diesen trade nicht der kann trotzdem davon partizipieren also die idee die wir hier haben wie gesagt lest ihr nach entweder im born for trading da habe ich ihn eben schon versendet oder im trade des tages da habt ihr dann ebenfalls zugang zu den ein und ausstiegspunkten und ein bisschen hintergrundinformationen zu diesem trade so wie sieht es beim nasdaq aus der nasdaq ist was das angeht noch ein bisschen bullischer das sollte auch nicht so arg wundern dass der nasdaq und der s&p eher unter einer decke stecken das ist in der letzten zeit häufig so also die sind ein bisschen ähnlicher klar liegt an der gewichtung des indizes hier seht ihr noch mal wie so eine starke abwärtsbewegung so eine korrektur in etwa danach noch mal in diese richtung sich fortsetzen kann sogar teilweise deutlich weiter auch hier finde ich das short szenario jetzt nicht so gut und wenn ihr euch jetzt sagt das kann ja nicht sein dass der bullisches und der andere markt total bärisch doch das kann schon sein der kann doch hier in ruhe mal ein bisschen runter kommen in der zeit sagt sich der da okay dann machen wir kurz das kurze short szenario und wenn der dann wieder steigt dann sagt dann der da ich bin auch wieder da und misch dann mal eben mit also ganz abwegig ist das nicht das übergeordnete bild ist allerdings durch alle ideen vorläufig nicht angegriffen das habe ich aber gestern sehr deutlich mit den marken schon erklärt deshalb will ich das in diesem video nicht wieder machen das haltet ihr mich ja auch für doof jetzt erzählt der alte mann wieder von alten stories von gestern das könnt ihr euch im zweifelsfall da noch mal in ruhe angucken die übergeordneten bilder sind davon überhaupt nicht betroffen ihr wüsst ein rücksetzer auch in tiefere regionen wäre noch völlig unkritisch für das übergeordnete bullische bild ganz gleich wie doof die die situation im markt aussieht in der in der wirtschaft aussieht von den zyklischen daten aussieht alles nachvollziehbar aber in diesem moment erst mal egal warum ist es egal naja wenn die marktteilnehmer kaufen muss ich mich nicht im großen stil dagegen setzen kleine shortys gehen immer das waren die beispiele die ich eben genannt habe aber im großen denke ich bleibt es beim bullischen bild so jetzt habt ihr ein paar konkrete ideen ich hoffe dass ihr damit vielleicht für heute noch was anfangen könnt und sei es nur zur übung sei es nur zum mitverfolgen mit fiebern ich drücke euch auf jeden fall die daumen dass egal was ihr an den märkten macht ihr auf der richtigen seite seid wünsche euch ein wunderschönes wochenende und nächste woche gibt es das nächste index update bis dann macht's gut geht